Herzlich willkommen zurück bei PumC. Heute zeige ich euch wie in Minecraft eine Skyblock Welt erstellt über einen Comment. Dafür mache ich mir jetzt eine neue Welt. Skyblock in Creative Sheets an. Flachhand anpassen. Vorlagen. Müsst ihr jetzt das hier eingeben. Dann habt ihr nämlich nur Luft. Dann neue Welt erstellen. Und erst mal ein bisschen fliegen. WTF da spawnen einfach Dörfer. Dann sind wir einfach mal Dörfer gespott. WTF. Mal gucken, dass es nicht mal so schlecht ist. Wow. Ja. Auf dem Fall egal. Ähm. Mal eben schnell weg davon. So. Jetzt machen wir die Slash Set. Ah. Hab was vergessen. F3. Dann Set. Log. Dann ähm. Wo. Ähm. Da machen wir 2335. Dann mach ich jetzt mal hier in dem Fall Cobblestone hin. To my Comment Block. Slash GIF. Euren Namen. Lieber mir jetzt etumc. Dann Minecraft Comment Block. Da setze ich meinen drauf. Und ich komme sofort wieder. Und wieder. So. Hier gibt ihr diesen Befehl ein. So. Oh nein. So. Jetzt kommt hier so eine Maschine. Und. Eine Skyblock Welt. Wow. Lass mal mal das mal wegmachen. Da sieht man Skyblock. Ähm. Skyblock. Ähm. Comment bei Nice Mark MC. Von dem kam auch der Comment. Ja. Und dann hat man halt hier einige Sachen drin. Wie Spawn Iron. Obsidian. Ja. Sieht aber schon recht geil aus. Ja. Und so könnt ihr euch halt eine Skyblock Welt bauen. Ganz einfach. Ja. Und ich würde sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Zurück bei etumc. Ich mache da gerne nach untenigne dasacksl state hilft. Deswegen nach libraries. Ich halte die Gente wiecy. Ich halte mal auf. Da innerschlange an Left über Lower that negative.